Willkommen zu Recenter News am 27. Oktober 2020. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Sie finden mein allerneuestes Buch jetzt im Recenter Shop, Covid und die Zukunft der Biosicherheit. Also ich habe das, hat sich ja im Lauf des Jahres natürlich dann, hat sich dieses Buch entwickelt und es gibt gewisse Überschneidungen natürlich dann mit dem Buch, was halt kurz vor der Pandemie erschienen war, nämlich Tiefste Geheimnisse der Supermächte Band 3 Biologie. Das heißt, wir haben jetzt ein massives, 360, 380 Seitenbuch ungefähr in dem Umfang, massives Buch über Covid und das größere Thema der Biosicherheit, die breitere Gefahrenlage, wo wir von Anfang an darauf hingewiesen haben und der ganze Spionagehintergrund, die Royal Society, die parallel entwickelt wurde mit dem Freimaurertum von der angloamerikanischen Welfensupermacht. Das Ganze definierte, die Royal Society war einerseits Spionage, andererseits Wissenschaft und es definierte die Virologie und die Pharmaindustrie und alles, was wir jetzt haben, was einerseits eine Gefahr darstellt natürlich und andererseits die Medizin bestimmt, auf die wir auch angewiesen sind, wenn du ein Autounfall hast und in der Klinik landest. Genauso benutzen wir Computer und Internet jeden Tag, obwohl wir den Firmen eigentlich nicht trauen, die uns das hier bereitstellen oder entwickelt haben, die elitären Forscher. Wir müssen Kompromisse eingehen. Und wir haben jetzt halt eben dann eine Wahnsinnsuntersuchung hier, eine Wahnsinnsstudie, eine Wahnsinnsforschung in diesem Buch. Was der Kern ist hier, der wissenschaftliche Kern, die biologische Kriegswaffenforschung, die verschiedenen Szenarien und so weiter, alles in einem Buch. Covid und die Zukunft der Biosicherheit. Das heißt, sie kriegen das im Recenter Shop als gedrucktes Buch, Audiobuch oder beides. Oder wenn sie eine Kiste BP-ER-Kompaktweizenriegel kaufen, dann kriegen sie das neueste Buch kostenlos mit dazu. Oder ein anderes Buch von mir oder ein, glaube ich, drei Monate Recenter TV Abo. Das heißt, sie können da nochmal Geld sparen und gleichzeitig halt eben dann ihre Vorräte vergrößern. Also sie haben es gemerkt, meine Damen und Herren, wie kaotisch die Länder darauf reagiert haben auf die Pandemie und wie schutzlos man eigentlich ist gegen einen weiteren Virus oder einen Computervirus, wie da rumgestümpert wurde und wie letztendlich dann auch die ganz Unzufriedenen in der Bevölkerung eigentlich nichts wirklich hinbekommen haben mit ihrem Covid-Protest und ihrer Vorstellung, das ist ja alles nur Fake und so weiter, der ganze Aktivismus. Da ist nichts bei rumgekommen und das ist halt eben dann schon mal die Aussicht auf die nächste Krise. Sei es jetzt eine Cyberkrise oder der nächste Virus, der übernächste Virus oder eine militärische Konfrontation von Ost und West. Die nächste Krise wird kommen. Und diese üblichen Internet-Influencer da draußen treten da vollkommen auf der Stelle bei ihren Ideen und ihren Forschungen und können dementsprechend dann auch den Leuten nichts Nützliches erklären, was sie denn machen sollen. In Vorbereitung auf die nächste Krise oder wenn die nächste Krise dann eintrifft. Also das ist eben das Ding. Das heißt, es gibt jetzt trotz eben gesteigertem Chaos und vollen Kliniken in Tschechien und Slowenien und neues Chaos in Österreich und Ungarn und Russland und USA und so weiter und so fort und trotz des gesteigertem Chaos gibt es immer noch die fanatischen Covid-Verharmlose, die sagen, das ist ja alles nur Fake. Akzeptieren das auch einfach nicht, wenn man eine andere Meinung hat. Also das ist ja auch immer das Ding, wenn man sagt, okay, es gibt so viele Themen da draußen, das kann ich immer alles übereinstimmen. Aber trotzdem gibt es halt immer noch die fanatische Linie da draußen und die können das nicht akzeptieren, wenn man eine andere Meinung hat. Die schreiben dich dann komplett ab. Und wenn solche Rebellen, wenn solche Leute, die sich halt einen Widerstand auf die Fahne schreiben gegen das Establishment, wenn die wirklich konsequent sein wollen, müssen die ja eigentlich in eine Höhle ziehen und in eine Höhle wohnen, weil an sich ist das Internet und Computer sind wesentlich gefährlicher als Covid oder ein vermeintlicher Covid-Hoax. Die Digitalisierung hat unseren gesamten Lebensbereich erfasst. Alles läuft mit Computern, alles hängt am Internet. Unsere Wasserversorgung, unsere Stromversorgung, Lebensmittelversorgung, Transport, alles ist digital. Und wenn da mal eine Cyberkrise ist, dann ist diese dann massiv. Und die Internet-Influencer und Schwafler können ihnen da draußen dann nicht weiterhelfen. Die können dann sie da draußen nicht durchfüttern oder ihnen ein Funkgerät zuschicken, schenken oder einen Stromgenerator oder Treibstoff oder was auch immer. Und das heißt, ja, das Internet-Computer stammt auch von elitären Forschern, genauso wie jetzt Covid-Impfstoffe oder halt die empfohlenen Maßnahmen wegen Covid. Auch Internet und Computer stammen von elitären Forschern. Das Internet ist viel gefährlicher, aber das wird jeden Tag benutzt von den ganzen Leuten da draußen, speziell den Widerständlern, den Unzufriedenen, den Rebellen. Die sind praktisch die ganze Zeit im Internet. Internet, Internet, Telegram, 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 Facebook, 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 YouTube, YouTube, YouTube. Alles, was sie machen, ist Internet und kurzlebig und so weiter. Und versucht halt, diese Trends aufzugreifen, auf einer Trendwelle zu schwimmen. Und jeder will jetzt Karriere machen als Covid-Kritiker oder Covid-Maßnahmen-Kritiker. Also ein nach dem anderen kippt irgendwie um oder nutzt die Gelegenheit, um einfach halt hier auf dieser Welle zu schwimmen, um mehr Publikum zu bekommen, um halt dann mehr Karriere damit zu machen. Also es ist eine größere Bedrohungslage. Covid und die Zukunft der Biosicherheit. Mein neues Buch jetzt im Recenter-Shop. Und ja, es gab Mainstream-Bücher, wo halt dann nur ein bisschen drinsteht, ja, es gab halt jetzt einen neuen Virus und wir müssen halt besser aufpassen. Und die WHO will mehr Macht und halt eben Sanktionsmacht, um Länder zu sanktionieren und Inspekteure reinzuschicken und so. Und dann gibt es die alternativen Bücher. Die haben halt ein bisschen Vodark und Bagdi und Ioannidis abgekupfert. Zack, zack, war das dann fertig. Und ansonsten findet man da draußen eigentlich nichts. Und keiner beleuchtet wirklich die militärische und geheimdienstliche Ebene. Niemand macht das so richtig da draußen, außer wir. Ich meine, es wird ausgeblendet. Da wird dann rumgeschwalt über, ja, die PCR-Tests sind nicht gut genug. Und es sind die Toten, die sind keine Toten. Und die Kranken sind keine Kranken und so. Aber niemand berührt wirklich die Spionage-Ebene. Niemand berührt wirklich die militärische Ebene. Was ist denn, wenn es aus einem chinesischen Labor entwichen ist? So wie es der ehemalige MI6-Geheimdienstchef gesagt hat, Sir Richard Dyrloff aus Großbritannien. Der hat das öffentlich gesagt im Telegraph. Das kam aus dem chinesischen Labor. Das war ein Unfall. Die haben daran rumgebastelt. Wusste ja auch jeder, dass die das machen. Und dann haben sie es verhunzt. Und dann ist das Ding freigesetzt worden. Dann der andere britische, jetzige britische Geheimdienstchef, MI5, der sagte dann, wir fürchten einen Doppelschlag oder wir fürchten halt Angriffe von unseren Feinden mit weiteren Viren. Die wollen das Covid-Chaos wiederholen. Warum sind das nur diese britischen Geheimdienstchefs, die darüber reden? Und so ein paar ganz, ganz wenige andere. Was ist, wenn das aus dem Laborentkommen ist? Was ist, wenn Covid jemand des Angriffes? Wird das von Bakhti besprochen? Nein. Wird das von Wodak besprochen? Nein. Also zumindest habe ich da überhaupt nichts gesehen und von den ganzen Nachplapperern nichts gesehen. Oder so gut wie nichts. Man verbläst unnötige Zeit mit der Debatte, ob SARS-CoV-2 überhaupt gefährlich ist oder gefährlich genug ist, um halt Maßnahmen zu begründen. Die Debatte ist längst vorbei. Da gibt es noch ganz, ganz andere Debatten und viel wichtigere Debatten, die aber nicht geführt werden von den Influencern. Also, das heißt, Streeck, der Virologe sagt, er kann sich nicht vorstellen, dass jemand SARS-CoV-2 im Labor auf den Menschen optimiert habe. Ja, sehr viele Länder und nichtstaatliche Akteure haben wesentlich mehr Vorstellungskraft als Herr Streeck. Ja, dann der ganze Öko-Terror-Bereich, der ganze Eugeniker-Bereich. Da wurde ja in den Verschwörungsmedien ein bisschen was dazu gemacht, aber nicht sonderlich viel. Und man hat sich dann eben einreden lassen, dass du halt dann mit Donald Trump einen Freund hast und einen Support hast und mit Putin halt eben dann einen Support hast. Währenddessen die gesamte USA, das ist nach wie vor das angloamerikanische Empire und in Russland die ganze wichtige Forschung der Virologie, die ganze russische Forschung, basiert auf den gleichen, den gleichen Ursprüngen, die ich in meinem Buch schildere, die Royal Society, Heidelberg-Uni, diese ganzen Koryphäen und so weiter und so fort. Und das hat halt eben dann auch saumäßig viel mit Spionage und biologischen Waffen zu tun. Also es ist so ein wichtiger Themenkomplex, Covid und die Zukunft der Biosicherheit. Ansonsten auch das neue Buch hier, Tiefste Geheimnisse der Supermächteband 4, Herrschafts- und Widerstandstechniken, absolut essentiell. Man hat es mit Wissenschaftlern zu tun, meine Damen und Herren, wenn man selber nicht da auf einem wissenschaftlicheren Niveau agiert, kann man das alles vergessen. Also dann wird politische Beteiligung keinen Erfolg haben und anderer Aktivismus auch nicht. Und dann hier, der geführte, ausländische Geheimdienste im Dritten Reich. ganz, ganz wichtiges Werk der Spionageabwehr. Wichtig für jeden Deutschen, wichtig für jeden Nichtdeutschen. Es hat die größten möglichen Auswirkungen auf uns heute. Das heißt, diese ganzen typischen rechten Strategien sind alle so hundsmiserabel, fehlgeleitet, manipuliert von Geheimdiensten. Die Geheimdienste, vor allem die angloamerikanischen Geheimdienste, die manipulierten ja die völkische Szene seit den 1800er Jahren. Alles voll mit Spionage. Ich war selber überrascht über den Umfang. Und dann noch in den Verschwörungsmedien auch noch mit drin. Die Verschwörungsmedien werden dann auch noch kontrolliert. Und die Leute glauben dann, wenn sie auf BitChute oder auf YouTube halt eben dann sich da voll dröhnen lassen, dass sie dann die Erwachten sind und sie sind außerhalb der Matrix und sie wissen jetzt, was man machen muss. Und was machen sie dann? Sie gehen Trump wählen und die Republicans wählen oder sie plappern irgendwas im Netz und fördern die Spaltung, dieses Links-Rechts-Ding, was dann immer ewig weitergeht. Und dann merken dann Leute irgendwann, es bringt alles nichts, das Gelaber bringt nichts. Und dann sind sie bereit dafür, sich dann von irgendwelchen Leuten radikalisieren zu lassen und militarisieren zu lassen. Und meinen dann, sie machen jetzt einen physischen Kampf und wir sehen ja jetzt schon Anschläge, halt mehr und mehr Anschläge. Ich habe das Robert-Koch-Institut und so weiter und so fort. Irgendwann wahrscheinlich dann auch Anschläge auf diverse Virologen und Personen, die da arbeiten. Ja, das heißt, du hast dann halt eben dann, wie in den heißen 1970er Jahren, hast du dann so einen heißen Herbst und Anschläge. Und das Ganze erinnert auch ein bisschen an die Weimarer Zeit, wo dann halt eben dann auch verstrahlte, zugedröhnte Leute dann irgendwelche linken Figuren ermordeten. Das heißt, dann gab es diesen allen berühmten Mord, wo dann der Mörder beeinflusst war von diesem Fake, über irgendwie 300 jüdische Familien würden die Welt regieren. und dann kam es dieses Attentat auf diesen linken Politiker. Und währenddessen stammt diese ganze Verschwörungsschiene, ja, über jüdische Weltverschwörung, stammt alles von den britischen adeligen Geheimdiensten. Die haben das den Leuten erzählt. Ja, das heißt, der Onkel von meinem Vater, Theo Benisch, ja, der hat einen Wikipedia-Eintrag, der war ein Ingenieur wie jeder in der Familie, aber er hat sich dann auch zudröhnen lassen, glaubte das Zeug dann und wurde dann Schriftführer beim Stürmer, obwohl er keine Ahnung hatte von Spionage und den Supermächten und Juden und irgendwas, Schriftführer beim Stürmer, Gauleiter und waren sogar im Reichstag für ein paar Jahre. Ja, und man hat die Leute so programmiert, dass sie dann halt eben auch keine Abweichung dulden, ja, also beim Nazi-D-Glauben oder beim Covid-Sei-Fake-Glauben und so weiter, also immer hat man das in die Leute reinprogrammiert, dass da keine Abweichungen, keine anderen Meinungen geduldet werden. Und ich meine im Extremfall haben wir das gesehen im Dritten Reich, siehe auch das Buch hier der Geführte. Also wenn dann halt Hitler und die wichtigsten Nazis, wenn die halt dann umringt waren von adeligen Agenten, also adeligen Leuten, die gleichzeitig Agenten waren fürs Ausland, für Britannien, man hat den Nazis Ideen untergeschoben, falsche Ideen, falsche Strategien und hatte sie dann halt die ganze Zeit, hatte die wichtigsten Nazis die ganze Zeit unter Manipulation durch dieses Umfeld und die Ideen. Absolute Spionage-Fiasko, dass ich da hier aufgedröselt habe und man merkt halt eben dann sehr, sehr deutlich, wie stark die Kontrolle ist, wie stark die Kontrolle ist von den Supermächten und dass die Leute halt ständig gegen die falschen Ziele kämpfen. Also letztens gab es ja irgendwie so einen Historiker, der hat so ein Buch veröffentlicht, der hat dann gesagt, da gab es diesen Vorfall im Zweiten Weltkrieg, wo dann so viel, also ein Haufen, Haufen französischer Resistanz, Widerstandskämpfer, dass die dann hochgenommen und verhaftet wurden von den Nazis und dann wurden sie gefoltert und mussten noch andere Leute verraten und so und dann hat man sich immer gefragt, naja, hatten die Nazis ja endlich mal irgendwie so einen Spionage-Erfolg, hatten die Nazis vielleicht einen höheren Agenten bei den Briten und so, bei der Special Operations Executive, die ja dann den Franzosen geholfen hat, dem Widerstand, nö, stellt sich raus, diese französischen Resistanz-Kämpfer wurden von der britischen Führung verraten, weil man hatte diesen Franzosen halt dann falsche Informationen gegeben, die man an den Nazis lancieren wollte. Die Nazis haben diese Informationen dann geglaubt, weil wenn man so viele Resistanz-Kämpfer foltert und fängt und die sagen alle das Gleiche, dann wird es ja wohl stimmen. dachte man. So ist das, wenn man sich auf die Supermächte einlässt. So ist das. Ob du jetzt ein Linker bist, der sich auf eine Supermacht einlässt oder ein Rechter oder im Mainstream, so ergeht es dir. So ergeht es dir dann. Und letztendlich war es ja so, die Briten und die Amerikaner, also dieses anglo-amerikanische Welfen-Imperium, das sich dann auch ins russische Zarenreich erstreckt hatte. Die fürchteten halt eben dann, vor allem nach dem Ersten Weltkrieg, dass die Deutschen wieder erstarken, dass die Franzosen wieder erstarken und dass die Habsburger, Österreicher wieder erstarken und dass dann halt eben neue Player dazukommen, Polen und so weiter und so fort, dass die alle wieder stärker werden und dass sie sich zusammenrotten können gegen die Russen, gegen die Briten, gegen die Amerikaner. Und deswegen hat man diese Europäer dann gegeneinander ausgespielt und das war ein, ja, ein, äh, grauenvoller, brillanter, ein grauenvolles, brillantes Manöver, das bis heute keiner richtig verstanden hat. Ähm, und, und mir war es halt eben dann möglich, dank ihrem Support und, und so viel, ähm, so viel anderer Forschung, die ich halt eben dann verarbeiten konnte, mir war es dann möglich, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Ich hätte nie damit gerechnet, ähm, nie damit gerechnet, dass, dass, äh, dass ich auf sowas in der Größenordnung stoße. Aber es ist halt nun mal so. Ähm, es ist halt nun mal so passiert und deswegen kann ich nicht auf irgendwelche Trends aufspringen und so weiter und sagen, oh, ich bin jetzt Höcke-Fan, ich leugne COVID, COVID ist fake und Trump, yay und Putin, yay und so. Nee, 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 nee. Ich meine, ich will auch eine Zukunft für mich und meine Kinder und für andere Leute hier. Ähm, und ich weiß absolut, dass dieses übliche Gedön zu dem Untergang führt. Also, ähm, COVID und die Zukunft der Biosicherheit im Recentershop oder sie, ähm, kaufen sich eine Kiste BPER, Kompaktweizenriegel, glaube ich, 214 Euro, 95 und so und dann kriegen sie das Buch kostenlos, Buch ihrer Wahl kostenlos mit dazu. Also, das heißt, ähm, wir haben jetzt, wir haben ja eben erst festgestellt, es gab keinen schwedischen Sonderweg. Die haben, das war alles nur eine blanke Theorie mit Herdenimmunität, die haben sich mit den gleichen Standardmethoden durchgewurstelt und sie nannten ihre Maßnahmen halt freiwillig, obwohl sie nicht wirklich freiwillig waren. Es wurde offen zugegeben, ich habe die Zitate auch immer gepostet, ähm, zugegeben, wenn die Schweden da nicht genug mitmachen, dann kommt da doch der Zwang, also war es von Anfang an Zwang, es gab keinen schwedischen Sonderweg. Und jetzt hat man, äh, jetzt hat man irgendwie Japan entdeckt und jetzt kommen schon halt ein paar Studien und Beobachtungen, jetzt kommen halt wieder die, die einschlägig bekannten Figuren und sagen, oh, Japan hat einen Sonderweg gefahren. Japan hat wenig Todesfälle und Japan hat wenig Infektionen jetzt und Japan hatte keine Lockdowns, heißt es jetzt, ja, und die, da ging das Leben einfach so weit, so in Japan und das hat sich jetzt ganz wundervoll herausgestellt, heißt es jetzt. No, 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 no. Also, ähm, also es wurde sogar behauptet, äh, dass in Japan, es gab, behauptet, in Japan gab es zu keinem Zeitpunkt signifikante Einschränkungen. Glatt gelogen. Glatt gelogen. Zunächst, Japan schottete sich rigoros ab. Also das Einreiseverbot für Nichtjapan, das zuletzt rund 160 Länder und Regionen umfasste, darunter auch die gesamte EU ist seit 1. September zumindest für Ausländer mit Residenz-Status in Japan aufgehoben. Also, Wiedereinreise ist geknüpft an Bedingungen, ähm, Immigration Services, PCR-Tests, Quarantäne, Geschäfts- und Tourismusreisen sind nach wie vor nicht möglich. Mit einigen Regierungen würde die Möglichkeit diskutiert unter bestimmten Umständen Geschäftsreisen nach Japan zuzulassen. Kommerzielle Flugmöglichkeiten zwischen Japan und der EU sind in limitierter Frequenz vorhanden. Also erstens einmal, die haben sich komplett abgeschottet. Dann, die Japaner trugen schon vor Covid jede Menge Masken, hielten Abstand, schütteln sich nicht die Hände und so weiter. Das Volk ist enorm obrigkeitshörig und diszipliniert, wodurch die Regierung reihenweise Einschränkungen anordnen konnte, die dann als freiwillig tituliert wurden, aber nicht wirklich freiwillig waren. So ähnlich wie in Schweden. Bereits Ende Februar empfahl die Regierung, Massenveranstaltungen abzusagen, die Schulen zu schließen und forderte die Japaner auf, zu Hause zu bleiben, nach Möglichkeit ins Homeoffice zu wechseln und Abstand zu halten. Und dann gab es diese rigorose Kontaktverfolgung. Man fand halt eben dann Cluster in Fitnessstudios, Pubs, Livemusikveranstaltungsorten, Karaoke-Räumen und ähnlichen Einrichtungen. Am 7. April kam es wegen der Belastung des Gesundheitssystems in mehreren wichtigen Präfekturen zur Ausrufung des Ausnahmezustands. Dann kam der nationale Notstandsausrufung. Fitnessclubs, Spielhallen und Bars wurden aufgefordert zu schließen auf freiwilliger Basis. Viele Geschäfte schlossen ohnehin, weil die Kunden ausblieben. Geöffnete Bars waren weit schlechter besucht als sonst. Zusammen mit Masken ergibt dies eine wirkungsvolle Eindämmung des Virus. Gesundheitsbehörden hatten die Menschen aufgefordert, ihre Interaktion mit anderen um 80% zu reduzieren. In Schweden, wo die Bevölkerungsdichte zehnfach geringer ist als in Deutschland, brach aufgrund der Empfehlungen der Regierung der Reise- und Fußgängerverkehr um 80% ein. So entstand der Mythos vom schwedischen Sonderweg. Nun gibt es also den Mythos vom japanischen Sonderweg, der hergenommen wird, um zu argumentieren, Einschränkungen oder Masken würden nicht funktionieren, man solle die Pandemie mehr oder weniger laufen lassen und auf eine baldige Herdenimmunität hoffen. Yikes. Und jetzt haben wir dann festgestellt, Herdenimmunität, das ist alles sehr, sehr super wackelig. Es gab dann zum Beispiel den folgenden Vorfall. Im Mai wurde die brasilianische Stadt Manaus durch einen großen Ausbruch von Covid verwüstet. Krankenhäuser wurden überfüllt, die Stadt gerufen neue Grabstätten im umliegenden Wald aus. Im August hatte sich dann was verändert, trotz der Lockerung der Auflagen. Anfang Juni hatte die 2 Millionen Einwohner Stadt die Zahl der überzähligen Todesfälle von rund 120 pro Tag auf fast null reduziert. Im September veröffentlichten zwei Forschergruppen Vorabdrucke, die darauf hindeuteten, dass die spätsommerliche Verlangsamung der Covid-19-Fälle in Manaus zumindest teilweise darauf zurückzuführen war, dass ein großer Teil der Bevölkerung der Gemeinde dem Virus bereits ausgesetzt war und immun war. Die Immunologien ist das Sabino von der Universität von Sao Paulo, Brasilien. Ihre Kollegen testeten mehr als 6000 Proben von Blutbanken in Manaus auf Antikörper gegen SARS-CoV-2. Man hatte sich aber insgesamt einfach getäuscht. In Manaus stiegen die Sterblichkeitsraten in der ersten Maiwoche auf das 4,5-fache des Vorjahres und trotz der anschließenden Aufregung über die Verlangsamung der Fälle im August scheinen die Zahlen wieder zu steigen. Der Anstieg zeigt, dass Spekulationen, dass die Bevölkerung in Manaus Herdenimmunität erreicht hatte, einfach nicht wahr sind. Dann Wissenschaftler können halt Schwellenwerte für Herdenimmunität raten, kennen aber die tatsächlichen Zahlen nicht in Echtzeit, sagt Caitlin Rivers, Epidemiologin am Johns Hopkins Center for Health Security in Baltimore. Stattdessen sei die Herdenimmunität etwas, das nur durch eine rückblickende Analyse der Daten mit Sicherheit beobachtet werden könne. Vielleicht sogar erst 10 Jahre danach. Das heißt dann hier, der Versuch, die Herdenimmunität durch gezielte Infektionen zu erreichen, ist einfach lächerlich. In den USA würden wahrscheinlich 1-2 Millionen Menschen sterben. Also man hat ja gemerkt, ab 60-70 hast du ein Sterberisiko von 5%, wenn du das kriegst. Und dann kannst du ausrechnen halt eben dann bei 17,5 Millionen ältere Leute in Deutschland und so weiter und so fort. Dann hat man ja gesagt, Schweden verfolge eine Strategie der Herdenimmunität. Das war aber auch gelogen beziehungsweise ein Missverständnis, so die Ministerin für Gesundheit und Soziales des Landes, Lena Hallengrin. Also sie sagt, Herdenimmunität war nicht Teil unserer Strategie. Der schwedische Ansatz sagte, sie nutzte ähnliche Instrumente wie die meisten anderen Länder. Förderung der sozialen Distanzierung, Schutzgefährder der Menschen, Durchführung von Tests und Ermittlung von Kontaktpersonen und Stärkung unseres Gesundheitssystems zur Bewältigung der Pandemie. Niemand hat einen Sonderweg. Niemand hat besondere Informationen. Niemand hat einen leichteren Ausweg, wie man es dreht und wendet. Es ist, wie es ist. Und die Covid-Maßnahmenkritiker hatten jetzt ja auch zig Monate Zeit, um halt eben dann zu argumentieren, warum das alles irgendwie, warum man das irgendwie locker flockig angehen könne und so weiter und so fort. Aber was halt da eben dann kam, ist halt einfach nicht überzeugend gewesen. Und klar muss man misstrauisch sein. Klar kannst du den Regierungen nicht trauen und der etableten Forschung nicht einfach so trauen. Auf der anderen Seite hat die elitäre Forschung uns auch das Internet und Computer gegeben. und die funktionieren auch. Oder Autos, die funktionieren auch. Und wenn man eben dann feststellt, okay, wo da backt die und so, das ist halt einfach nicht überzeugend, was die gebracht haben, dann muss man das auch so akzeptieren. Also man ermittelt halt auch mal in eine Richtung und stößt auf eine Sackgasse. kann er nicht nach fünf Minuten sagen, yay, wir haben den Fall gelöst, wir haben das große Rätsel gelöst und so. Also das heißt, dann ist halt die große Frage von den Forschern auch, ja, wenn du jetzt Covid oder halt eben diesen Virus mal hattest, wie lange halten dir die Antikörper? Man hat ja gemerkt, nach wenigen Monaten hast du fast keine Antikörper mehr. Dann ist die Frage, kannst du die dann relativ schnell wieder bilden, wenn du es nochmal kriegst nach einem Jahr oder sowas oder wenn du nochmal dem Virus ausgesetzt bist? Das heißt, wenn die infizierten Menschen in einem Jahr wieder anfällig werden, dann wird man im Grunde nie eine Herdenimmunität erreichen, durch natürliche Übertragung oder es dauert einfach zu lange. Das heißt zum Beispiel 17,5 Millionen ältere Leute in Deutschland, ja, werden sich das nach und nach einfangen und wenn es jemand schon mal hatte oder sowas, dann ist halt beim zweiten Mal ein Jahr später, wenn er dann die Krankheit kriegt, ist der Verlauf halt dann vielleicht nicht so schlimm wie am ersten Mal, aber immer noch ein Problem. Das ist halt einfach alles nicht so, wie man es sich wünscht. Anders Wallens, den Stellvertreter von Schwedens führendem Epidemiologen Anders Tegnell, der übrigens auch mit dem Militär zu tun hat und der hat auch letztendlich biologische Kriegsführung, Biosicherheit. Anders Tegnell, also der Stellvertreter von Anders Tegnell sagte, dass Herdenimmunität nie ein Ziel an sich war in Schweden, obwohl Beamte dies bei mehreren Gelegenheiten angaben. Und natürlich haben die Influencer da im Netz gesagt, oh Herdenimmunität, Herdenimmunität, das geht ganz einfach und so. Ja und leider nein. Leider nein. Aber es hat sich eben dann diese Sekte gebildet und das hört man immer noch, oh du bist, du verstehst die PCR-Tests nicht und du verstehst das alles nicht und du hast dich damit gar nicht auseinandergesetzt und deswegen hasse ich dich jetzt. Und ich denke dann so, ich setze mich mit Covid seit dem ersten Moment auseinander, ich hatte vor Covid kurz vorher ein Buch veröffentlicht über Seuchen und Supermächte, biologische Kriegsführung, bis hinter in die Antike, die ganze Spionage hinter der Virologie aufgedeckt und dann kommen irgendwelche Dödel, die nicht mal meine Arbeit kennen und sagen, oh du bist blöd, du bist Mainstream und das ist voll der Opportunismus und so von dir. Die Trends, die politischen oder medialen Trends sind eigentlich fast immer falsch. Also Putin-Trend, Trump-Trend, dies und das, das ist alles immer grob fehlerhaft und so weiter und so fort und deswegen sind wir halt immer auch oder fast immer eigentlich gegen den Trend. Das heißt nicht, dass jetzt das ist jetzt alles, was man hört da draußen, dass es jetzt alles falsch ist. So einfach ist es nicht. Aber diese größeren Trends sind halt normalerweise einfach halt eben dann künstlich und wir wissen auch, wer die finanziert und wissen, zu welchem Zweck, mit Hilfe von Wissenschaftlern, um die Leute zu spalten und dann lassen sich Leute spalten. Oh, du bist nicht Teil unserer Covid-Aktivisten, super Truppe, ich hasse dich jetzt, ich hasse dich und ich hasse alle anderen, die nicht so denken wie ich. Ich meine, es gab wirklich Influencer, die gesagt haben in ihren blöden Shows, 85% der Leute sind ein Feind. Also nichts wie Spaltung der Gesellschaft und was haben die Covid-Maßnahmenkritiker hinbekommen im Laufe der Zeit eigentlich nichts und sie sind alle zerstritten und politisch hat man sowieso nichts aufzubieten. Also auch Mr. Tegnell hat wiederholt darauf bestanden, dass das Ziel der schwedischen Regierung nicht darin bestand, eine schnelle Herdenimmunität zu erreichen, sondern vielmehr die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen mit Standardmethoden, um zu verhindern, dass die Krankenhäuser überlastet werden. Also bei einem virtuellen Briefing der Royal Society of Medicine sagte Dr. Tegnell, er glaube nicht, dass irgendein Land gegen eine zweite Welle des Coronavirus immun sei. Tja, so sieht es halt leider aus. Also dann hatten wir jetzt hier ein Problem bei der Polizei hier in Deutschland, Bundespolizei und so. Also immer mehr Corona-Fälle und Leute müssen in Quarantäne. Dann ist es so, wenn du jetzt halt eben schweres Covid bekommst als Polizist, kriegst du das als Dienstunfall angerechnet, kriegst du dann die volle Pension oder kriegst du dann so eine mickrige Mini-Pension, weil die dann halt eben dann argumentieren, du hättest dir das privat eingefangen und deswegen hast du halt dann Pech gehabt. Also das ist halt eben dann super, super blöd und wir werden sehen, welche Lösung sich dann die Bundesregierung aus dem Ärmel schüttelt oder die EU, ob dann halt eben dann doch die großen privaten Sicherheitsfirmen kommen und so weiter und so fort. Also für richtig drastische Maßnahmen, also richtig, richtig krasse drastische Maßnahmen, da müsste schon halt eben ein Land unter sein in mehreren Ländern hier, also dass halt wirklich dann hier größere Anzahl an Leuten stirbt wirklich jeden Tag und es halt wirklich super übel ist und man viele gar nicht mehr behandeln kann, dann würden die Wähler, die Bürger halt eben dann ganz neue Maßnahmen oder ganz, ganz harte Maßnahmen oder halt eben dann private Sicherheitskräfte oder sowas akzeptieren. Aber für eine richtige Corona-Diktatur, wie es man die fürchten, da bräuchte ich so einen anderen Virus und solche Viren sind jederzeit verfügbar. Jederzeit. Und wenn ein neuer Virus auftaucht, der viel krasser ist und nicht nur die alten um die Ecke bringt, wenn ein neuer Virus auftaucht, dann hast du auch keinen Beweis dafür, dass Bill Gates dahinter steckt, sondern es ist genauso ein offener Fall, genauso ein offenes Rätsel. Kann Nordkorea dahinter stecken, radikale Islam, Ökoterroristen, you name it. Tja, ähm, der Spanien hat Ausnahmezustand bis zum nächsten Mai, das ist ja rechtlich in jedem Land ein bisschen anders geregelt. Und, ähm, ja, also Spanien hatte ja auch, Spanien hatte ja auch schon gewaltige finanzielle Probleme und so weiter und so fort. Aber man muss sich daran überlegen, die, ähm, die, die europäischen, ähm, die europäischen Eliten, also eigentlich hauptsächlich der Welfenadel, die ja die Europäische Union geschaffen hatten, die haben so lange gebaut an der EU und die haben so lange gebaut am angloamerikanischen Empire, ja, das heißt, es ist nicht unbedingt jetzt nützlich, dass jetzt halt eben dann Covid auftaucht und man versucht jetzt halt dann eben hier mit, ähm, halt wieder Vergemeinschaftung von Schulden, also das ist das übliche Werkzeug. EZB will den EU-Wiederaufbaufonds zur Dauereinrichtung machen, hat die Maastricht-Kriterien für Neuverschuldungen vorerst ausgesetzt. Also schon mal 750 Milliarden schwerer EU-Wiederaufbaufonds in der Corona-Krise ist für Deutschland eine erhebliche Belastung und genau solche Fonds für gemeinsame Schulden soll es für Notfälle prinzipiell geben. Was gilt aber als Notfall? Also wenn die Länder wieder ins Wackeln kommen, die Banken wieder ins Wackeln kommen und, äh, man finanziert jetzt halt eben dann das Kurzarbeitprogramm und, äh, man konnte die Leute natürlich nicht hängen lassen. Ab wann sollen aber die Stabilitätskriterien für den Euro wieder gelten ab 2022 oder 2025? Was ist, wenn dann die nächste Krise schon wieder da ist? Also, selbst die Deutschen haben das ja mal gerissen und, äh, andere Länder auch und es, äh, passiert in keinen richtigen, es kamen keine richtigen Konsequenzen. Und dann haben wir das hier, ähm, hier, Putin äußert sich im Valdai-Club ausführlich zur Pandemie und zur staatlichen Kontrolle über die Wirtschaft. Russischen Behörden sehen keine Notwendigkeit, wegen der anhaltenden Epidemie der Coronavirus-Infektion zur Regelung der arbeitsfreien Tage zurückzukehren, sagte der russische Präsident Putin hier beim Valdai-Diskussions-Club am Donnerstag. Also, da geht es viel um Business, also auch Russland wurschtelt sich einfach nur irgendwie durch. Ähm, also, das heißt, ähm, sie hoffen, dass man keinen bezahlten Urlaub mehr, Zwangsurlaub mehr machen muss, die ganz viele Firmen schließen und so. Und Putin meint, wir haben Reserven geschaffen, Reserven von Krankenhausbetten, Medikamente, äh, Mediziner werden jetzt besser fähig mit, mit Covid und so. Das ist exakt das, was andere Länder machen. Das ist exakt das, was andere Staatschefs reden. Da könntest du die Worte von Putin austauschen mit den Worten von Söder oder von sonst wem oder von Boris Johnson. Alle müssen im Endeffekt gleich agieren und haben keine, keine einfachen Lösungen parat. Und, ähm, und wir wissen immer noch nicht, ob diese, diese Pandemie jetzt die Supermächte verlangsamt oder ob es, ähm, den Supermächten insgesamt unter dem Strich erheblich nützt. Das ist noch nicht mal wirklich geklärt. Das heißt, ich forsche seit 15 Jahren an den Supermächten und, äh, diese Frage ist noch offen. Das heißt, all diese Influencer, die eh nie Bücher lesen da draußen, ähm, die eigentlich noch nie irgendwas Originelles gebracht haben. Ich meine, nehmen Sie mal irgendeinen Standard- Verschwörungs-Influencer und fragen Sie sich, hat der schon jemals irgendwas wirklich Besonderes gebracht, irgendwas Eigenes? Irgendwas Exklusives? Oder war das immer nur Abkupferei? Und diese Trendreiterei? Und die setzen dann von vornherein voraus, oh, Covid nutzt voll den ganzen, äh, Ländern und Regierungen und den Supermächten und so. Das ist jetzt die New World Order. Das wissen wir noch gar nicht mal. Das wissen wir noch gar nicht mal. Vielleicht bremst es die Supermächte aus und irgendjemand hat das, hat das heimlich losgelassen, weil eben, weil man eben die Supermächte ausbremsen wollte. Ähm, also Putin lobt jetzt dann das Corona-Management, aber es scheint halt eben als seinen Patienten in Russland gestorben, weil eben kein Sauerstoff mehr da war. Es fehlte ständig an Sauerstoff, heißt es hier, von Quellen, die sich da in Gefahr begeben, die dann aussagen. Ähm, und dann, ähm, ja, und dann frisst sich die Pandemie halt weiter durch Russland durch. Nach wie vor eine ernsthafte Bedrohung, sagt Putin, es lasst das Virus, äh, lasse die Menschen an bevorstehende radikale Veränderungen im Leben denken, so Putin im Waldai-Diskussionsklub. Er meinte, wir müssen nur selbst bestimmen, in welchem Umfang, in welchem Tempo die Beteiligung des Staates an der Wirtschaft erforderlich ist und ob sie notwendig ist und wo die Präsenz des Staates reduziert werden muss, so Putin. Das ist ähnlich wie in anderen Ländern auch. Es gibt da keine richtige Unterscheidung zwischen staatlich und privat ganz oben, sondern es ist alles eine Gruppe, eine Mischproke und nur wenn es darum geht, die Leute zu besteuern oder halt eben dann über den privaten Sektor abzuzocken, nur dann gibt es einen Unterschied zwischen staatlich und privat. Also Putin redet halt über die Luftfahrt, dass halt die Luft, die Airlines halt jetzt weniger Touristen befördern und da muss der Staat eingreifen, um die Airlines zu schützen. Das ist als würde jemand anderes reden. Als würde da irgendjemand anderes reden. Aber Putin sagt genau das Gleiche wie alleine noch. Hier, noch ein Putin-Zitat. Das Coronavirus gibt nicht nach, es stellt nach wie vor eine ernsthafte Bedrohung dar. Wahrscheinlich, dass dieser besorgniserregende Hintergrund bei vielen das starke Gefühl hervorruft, dass eine andere Zeit beginnt, dass wir nicht nur an der Schwelle zu radikalen Veränderungen stehen, sondern dass wir uns im Zeitalter der tektonischen Bewegungen in allen Lebensbereichen befinden, so Putin. Also es klingt relativ dramatisch. Das heißt, im Endeffekt ist Covid auch eine Bedrohung für das russische Empire und für die Stabilität von diesem recht wackeligen Konstrukt. Also die Leute in Russland haben wirklich die Schnauze voll. Es mangelt überall an Geld. man weiß halt auch in Russland, dass die USA davonziehen und dass halt andere Konkurrenten kommen. Die Türken wollen wieder ein Empire und andere starten und es kann eben dann sein, dass halt eben dann verschiedene kleinere oder mittlere Player auf der Welt, dass sie sich zusammenschließen gegen Russland und gegen die anderen Supermächte und da kam vielleicht dann eben Covid oder halt dieser Virus gerade recht, um die Supermächte auszubremsen. Wer da draußen spricht über solche Sachen? Niemand in der Tiefe und in der Breite. Das sind alles ganz elementare Dinge, die untersucht werden müssen und dann heulen mich manche Leute an, du nimmst den Virus ernst, wie kannst du nur blablabla 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 Ich meine die Russen Propaganda macht hier Covid-Leugnung, das haben wir ja gemerkt. Gleichzeitig sehen wir jetzt halt immer mehr Artikel in der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS, auf Englisch halt, nicht fürs deutsche Publikum und da heißt immer mehr und mehr ja wir haben ein Covid-Problem ja wir müssen halt eben die Bars schließen am so und so viel Uhr und ja wir müssen halt dann QR-Codes haben, dass jeder registriert ist bevor er in eine Bar reingeht und müssen vielleicht dann doch wieder was zumachen und doch verlängerte Schulferien und halt Circuit-Breaker Lockdowns so wie in jedem anderen Land auch die Russen hätten auch einen anderen Propagandakurs fahren können also wenn jetzt halt dann Russland von Anfang an stärker betroffen gewesen wäre jetzt nicht Wuhan sondern halt eben dann Russland dann hätten die Russen auch eine andere Propagandalinie fahren können hätte der russische Geheimdienst gesagt okay wir verbreiten jetzt im Ausland die Haltung dass irgendjemand uns das angetan hat das ist ein Angriff mit einem biologischen Kampfstoff und wir haben da so eine Liste an Verdächtigen und dann hätten 90 95% der Verschwörungs Alternativ Influencer hier 95% hätten dann diese russische Propagandalinie übernommen die würden jetzt nicht sagen Covid ist fake Covid ist fake sondern die würden sagen Covid ist real um Gottes Willen und das war ein übeler Angriff gegen die Russen und das muss eine NATO Verschwörung sein oder sowas und ich meine wir haben ja gesehen manche von diesen also manche von diesen Ärzten die dann irgendwie dann die federführenden Covid Leugner wurden und so da fragt man sich schon warum warum bringen die teilweise so ein warum bringen die so einen Schlons warum warum so krass warum hängen die sich dann so weit aus dem Fenster und hier hier hatten wir jetzt im ZDF eine Doku Labyrinth der Lügen zu Alex Jones und Roger Stone und halt der neurechten Bewegung und QAnon und so weiter und so fort und ich habe mir den Teil angesehen im ersten Teil und ich kann schnell gesehen das ist alles sehr oberflächlich bisschen durchgeskippt und so und man will das jetzt so darstellen man will es jetzt so darstellen als sei Alex Jones Infowars und so weiter so diese bestimmte Welle an Verschwörungsmedien die halt dann aufkamen nach 9-11 als sei das von Anfang an so ein Schmuddelkram gewesen und halt ultra rechts und ultra komisch und so und man zeigt dann halt Ausschnitte hier von Police State 2000 und Police State 3 diese Doku-Filme von Alex Jones aus halt den 2000er Jahren und ich muss noch ein bisschen kichern weil das ja ich gewesen war der diese Filme ins Deutsche übersetzt hatte und das ging halt total viral als die meisten als das eine neuartige Sache war ein virales Video das war eigentlich noch relativ neu damals und das war halt einfach kein Schmuddelkram sondern der Witz ist ja dass Alex Jones gerade in dieser Police State Trilogie von Doku-Filmen dass Alex Jones ja eigentlich das Publikum zugebombt hat zugedröhnt hat mit Quellen aus den Massenmedien Associated Press also halt Jones mit seiner Stimme Associated Press und und hier Reuters Artikel und hier aus dem Magazin und hier aus dem San Francisco Chronicle und hier aus dem Miami Herald und bla 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 und hat halt einfach dann weil er ja nie wirklich Bücher gelesen hat anscheinend hat er einfach halt konstant mit seinen auch mit seinen Angestellten halt eben dann die Massenmedien ausgewertet und die interessantesten Sachen halt eben dann rausgekramt und es gab halt immer wieder auch interessante Sachen kritische Sachen in den Massenmedien es war ja eine Dame von Miami Herald die dann irgendwie weitergearbeitet hat an dem Epstein-Fall und weiter und weiter und weiter bis dann endlich der Durchbruch kam also es war eine Massenmedien Reporterin nicht ein alternativer Influencer der da den Stein wieder ins Rollen brachte und und das ist halt eben das Bizarre wenn halt eben das ZDF mit denen halt dann Leute von Vice die da noch zur Sprache kommen und so wenn die halt irgendwie so tun als sei das alles so schlimm gewesen von Anfang an und das das sei ja genauso gewesen wie heute und jetzt sei es nur erfolgreicher was Jones da macht und die Republicans hätten das jetzt halt eben dann für sich genutzt im Gegenteil Jones war gegen das Links-Rechts-Denkmuster Jones predigte dass die Republicans und Democrats demselben in derselben Elite gehören Jones sprach immer über das alte britische Empire das weiter existiert er sprach über den britischen Adel und und das wird halt hier dem ZDF-Publikum total verschwiegen ich hab da noch in meine meinen Kommentar dazu zwei alte Videos reingepackt also von Jones die sind uralt ja Alex Jones Outside the Left-Right Paradigm Control Grid und Alex Jones The False Left-Right Paradigm das interessanteste waren halt noch Josh Owens ehemalige Angestellte von Alex Jones Josh Owens Rob Jacobson John Ronson mit dem er mal kooperiert hat Alex Jones ist Ex-Ehefrau und so weiter und so fort aber auch hier geht eigentlich verloren dass John Ronson eigentlich die Arbeit von Jones früher interessant fand weil die Arbeit von Jones richtete sich ja auch gegen George W. Bush und die Republicans und die Ex-Ehefrau von Alex Jones die fand das ja auch super dass halt eben dann man gegen den rechten Arm des Deep States halt eben dann vorgegangen ist also und mit so einer mit so einer Doku da dröhnt man halt so das Massenmedienpublikum zu dass die halt dann einfach keinen richtigen Sinn dafür haben wer eigentlich Verschwörungsmedien kontrollieren ja nicht nur im rechten Spektrum sondern auch im linken Spektrum ist immer so witzig wenn dann die Linken dann zur Sprache kommen in diesen Verschwörungsdokus und sagen oh diese furchtbaren Rechten die glauben dass irgendwelche kleinen Grüppchen da irgendwie die Kontrolle haben und die dann finstere Absichten haben in Wirklichkeit glauben die Linken natürlich das auch dass halt reiche Leute das Kapital die super reichen dass die halt total übel sind und dann hatten wir diese Sache mit dem neuen Borat Film also einige von ihnen haben den vielleicht schon gesehen auf Amazon und wir wissen ja dass Amazon der Amazon-Chef nicht gut zu sprechen ist auf Donald Trump nichtsdestotrotz gehören der Amazon-Chef Jeff Bezos und Trump zum globalen Establishment das darf man nicht vergessen die müssen sich nicht unbedingt mögen aber man greift sich jetzt die dürfen sich jetzt auch nicht zu krass gegenseitig angreifen das ist alles ein Establishment und da gelten halt gewisse Regeln und also Sacha Baron Cohen der halt nach links tendiert und dessen Eltern glaube ich dem Holocaust und Ronnen waren Sacha Baron Cohen spielt Borat Sakdiev den einen kasachischen Reporter einen schmierigen Reporter und der reiste nach Amerika und will seine Tochter die 15 Jahre alt ist im Film die will er dann als Geschenk bringen an Mike Pence von den Republicans ja und er er schafft es dann auch noch in eine Wahlkampfveranstaltung rein zu platzen mit seiner Tochter über über der Schulter in einem fetten Kostüm Trump Kostüm der sich auf der Toilette angezogen hat und er ruft dann halt Mike Penis Mike Penis so wie Penis ich habe das Mädchen für dich und so und er also Sacha Baron Cohen zieht halt alle möglichen Leute durch den Kakao und täuscht diese Leute und es sind halt immer nur Rechts also Leute aus dem rechtskonservativen Spektrum die halt eben dann reinlegt und er muss dann oder halt einfach Männer die sich halt dann abfällig über Frauen äußern oder sich halt grotesk über Frauen äußern und und das ist jetzt halt so ein Politikum geworden also gerade auch wegen der Szene mit Rudolf Giuliani Trumps Anwalt auch der ehemalige Bürgermeister von New York der in 9-11 mitverwickelt war das was die ganzen Influencer da draußen die Neurechten ja vergessen haben oder verdrängen Giuliani ließ sich dann interviewen von Borats Filmtochter und Giuliani flirtet dann mit ihr also sie flirtet mit ihm die fangen an Alkohol zu trinken sie soll auch Alkohol trinken sie gehen dann ins Schlafzimmer von dem Hotel und dann äh legt er sich aufs Bett Giuliani und greift sich dann so vorne in die Hose rein und sagt dann später er habe ja bloß sein Hemd wieder reingestopft nachdem er dieses dieses Mikrofon diesen Mikrofonsender halt eben dann entfernt hatte also ähm das mit dem in die Hose greifen das ist wie gesagt schwer zu schwer zu beurteilen schwer zu bewerten aber insgesamt man merkt sie flirtet ihn an er flirtet zurück und das macht halt einfach einen ziemlich schlechten Eindruck und ähm ja und jetzt haben wir halt eben dann so eine Art wo dieser Film halt zu einem Politikum ja und ähm Leute formen ihre ihre Sichtweisen über die Politik anhand von Comedy Filmen oder Satire Filmen oder halt eben dann linken Shows die halt eben dann satirisch über die Nachrichten äh die Nachrichten bringen aber halt aus einer linken Perspektive und ähm manche haben darauf hingewiesen dass halt äh Sacha Baron Cohen der Schauspieler hinter hinter Borat ähm dass er halt ja ähm äh dass er vielleicht einen Spionage Hintergrund hat oder vielleicht Spionage Kontakte haben könnte und so weiter und so fort also man merkt dann schon dass bei der Filmproduktion ähm Borat 2 man merkt halt schon dass die dann gewisse geheimdienstliche Techniken anwenden die Kostüme die Verkleidungen die Legenden die Fake Cover Stories und so weiter und so fort oder die Honigfalle die Honey Trap mit Giuliani aber das Ganze ist wirklich es ist schon gründlich vorbereitet worden und ähm kompetent ausgeführt worden aber es zählt doch zu relativ simplen Techniken das heißt im Endeffekt ähm wenn es diesen diesen Leuten gelingt Giuliani reinzulegen dann gelingt es halt irgendwelchen professionellen Geheimdiensten gleich hundertmal ähnlich mit halt eben Trump und so also hier Borats Filmtochter kam ganz nah an die Trumps heran ohne Covid-Test ohne Sicherheitsüberprüfung diesen Clip hat man dann nachgeschoben ähm also diese Fake Reporterin die war dann im Weißen Haus ähm und jetzt ähm gibt es dann ein großes Entsetzen ja wie wie konnte wie konnte sie sich da reinschleichen reinschmuggeln also es gibt schon es ist schon ein gewisses Niveau ähm was man da hatte aber man kann das jetzt nicht einfach so in dieses Muster pressen Sacha Baron Cohen ist jetzt irgendwie links und Teil der linksjüdischen Weltverschwörung oder sowas ich meine die Israelis haben genug Kontakte zu der Republican Party ähm und Trump ist ja ein ganz großer Zionist sein Vater war ein großer Zionist Trumps Mentor war Roy Cohn und diese ganze diese ganze äh koscher Nostra Mafia finden sie auch in meinen Büchern die Details oder auf recenter.com ähm also das lässt sich nicht einfach so in dieses Muster pressen ne es gibt jetzt einige wütende Trump-Gläubige die jetzt sagen oh das ist ja so fies diese diese der böse linke Deep State hat er hat er jetzt eine Attacke gegen uns gefahren mit dem Borat Movie und so weiter aber so einfach so 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 schwarz-weiß ist das halt eben dann nicht ja das heißt äh viele Leute äh Sacha Baron Cohen zum Beispiel viele Leute sind einfach entsetzt über diese neu rechte Trendwelle die halt dann einfach nur alles Zeug aufwärmt und es gibt halt immer mehr Antisemitismus auch in dieser neu rechten Welle ähm immer mehr Nazi-Glorifizierung und so weiter und so fort und ähm da werden halt einige Leute aktiv jetzt nicht nur Leute mit dem jüdischen Hintergrund sondern halt eben dann auch Linke oder Leute aus dem Mainstream und so wird halt eben dann dieses Links-Rechts-Spiel am Laufen gehalten dass die Leute dann ewig beschäftigt ja und je mehr dann halt eben dann die Linken aufdrehen umso mehr drehen die Rechten wieder auf und äh man hätte genau so einen Film machen können wie Borat 2 aber mit ähm mit halt linken Zielpersonen oder Zielgruppen da gehst du zu den verkleidest du dich so als linker Punk und gehst zu den Antifas und lässt dir dann erzählen wie geil Stalin war und Mao und dann müsste die konservativen Amerikaner in Umerziehungslager stecken und denen die Waffen wegnehmen und denen das ganze Geld wegnehmen und blablabla und wir brauchen die große Revolution und ähm und lauter solche Sachen ja oder oder man hätte halt eben dann die die linken Social Justice Warriors halt durch den Kakao ziehen können die halt dann ähm irgendeinen absoluten Murks studiert haben und so weiter und so fort und völlig unattraktiv sind halt für das andere Geschlecht und dann versuchen mit Aktivismus das irgendwie zu kompensieren ähm wo sie halt wirklich nur alles mögliche nachplappern was ihnen da vorgegeben wird ähm also hättest du die Social Justice Warriors reinlegen können ja also warum haben die Republicans oder die Konservativen nicht so einen Film gemacht rechtzeitig zum Wahlkampf warum haben die nicht selbst bessere Medien und ziehen die Linken durch den Kakao ich meine du siehst halt halt eben schon neue rechte Influencer die halt eben dann meckern über die Linken und so aber ähm so mit Humor das ist dann eher so eine so eine Seltenheit oder halt einfach dann mit so einer Breitenwirkung äh so eine humorige Breitenwirkung irgendwie ähm sind da die linkeren Produktionen halt eben dann noch ein ganzes Stück voraus also das heißt wir haben jetzt halt eben dann wie gesagt diese ähm diese diesen neuen Borat Film und Sacha Baron Cohen hat ja ähm Sacha Baron Cohen hat fairerweise ähm Sacha Baron Cohen hat ja fairerweise auch immer wieder den Namen Jeffrey Epstein erwähnt also in dem Film dann auch in den ganzen Interviews ähm also zum Beispiel als Donald Trump nach der Veröffentlichung des Films als Trump Sacha Baron Cohen einen Creep nannte also einen gruseligen Typen nannte da sagte dann Cohen äh in einem Interview mit irgendeinem ich glaube mit ähm mit irgendeinem bekannten Talkshow-Host sagte dann Cohen oh wenn Trump mich einen Creep nennt dann bin ich mir sicher dass ähm und meine Arbeit schlecht fände ich bin mir sicher dass Donald Trump ähm sich mit seinem guten Freund ähm Jeffrey Epstein bestimmt sich über mich unterhalten hat also immer wieder Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein wird hier erwähnt ähm obwohl Epstein ja auch einen jüdischen Hintergrund hat und obwohl Epsteins Umfeld auch teilweise jüdisch war ähm was natürlich dann fehlt ist die Erwähnung von Bill Clinton und halt einigen linken Figuren die mit Epstein unterwegs waren aber wie gesagt man braucht halt keine keine richtige also professionelle faire umfangreiche objektive Analyse erwarten von einem Comedy Schreiber ja wie Sacha Baron Cohen und der meinte ja auch vor kurzem irgendwie dass dass ähm also hat er sich beschwert dass Facebook irgendwie lange Zeit so viel grässliches Material irgendwie äh gehostet hat oder Posts halt eben dann halt stehen gelassen hat oder gar nicht bewusst war dass die da waren hat er gemeint ähm in den 1930er Jahren hätte wahrscheinlich dann Hitler lauter Adolf Hitler lauter Wahlwerbung irgendwie schalten können oder in den 30er Jahren hätte Hitler lauter Wahlwerbung schalten können auf Facebook ähm und der Facebook-Chef also der offizielle nominale Facebook-Chef ähm äh Zuckerberg ist ja auch jüdisch also ähm das ist auch eine interessante äh interessante objektive ähm objektiver Aspekt von dem Ganzen ähm dann ähm ja ich meine wir haben ja gesehen Social Media hat er die Leute total zugedröhnt und die Verschwörungs ähm wie ich ja gesagt habe die Verschwörungs-Szene ist seit hunderten Jahren unter Kontrolle der angloamerikanischen Geheimdienste und man hat jetzt halt eben dann auch nicht nur diese Neurechte ähm und diese ganzen verschiedenen Kampagnen lanciert sondern oder man hat auch jetzt beobachtet wie die Leute auf Covid reagiert haben die ganzen Covid-Trusher und ähm kann das halt eben dann natürlich dann auswerten in Studien wer hat was geglotzt wie lang wer hat sich davon beeinflussen lassen und so und man kann Leute steuern damit und man kann die Leute halt eben dann auch zur Militanz bringen und jetzt haben wir hier dann erfahren ähm der mutmaßliche Lübcke-Mörder hatte viele Kontakte mit Neonazi-Guru Thorsten Heise also das heißt ähm hier die Weltspringer-Presse bekam halt einen Haufen Akten und so weiter und halt immer wieder Meetings zwischen ähm diesem Stefan Ernst der jetzt vor Gericht steht und ähm Thorsten Heise ein ganz hoher ganz hohe Figur bei der NPD wohnt nicht allzu weit weg von Björn Höcke und es gab dann die Kontroverse wo dann hier ein AfD-Parteiausschlussverfahren lief gegen Björn Höcke es hieß dann anhand der vorliegenden Indizien sein vernünftige Zweifel daran Höcke habe unter der Bezeichnung Landolf Ladek heikle Texte in Thorsten Heises Magazin veröffentlicht nicht mehr möglich also das heißt Heise ist jetzt sicher vorbestraft und wenn jemand theoretisch Heise kontrolliert könnte er auch dann denjenigen kontrollieren der hinter diesem Landolf Ladig-Pseudonym steckt ähm und es wurde eben dann gemutmaßt dass halt eben dann Höcke dahinter steckt also das sind alles brandgefährliche Sachen äh das sind alles brandgefährliche Sachen und Spionageabwehr ist hier so wichtig auch was die Ideen betrifft aber das macht ja da draußen da draußen eigentlich niemand sondern die meisten nehmen halt dann sowas her ähm die meisten nehmen halt sowas her und labern halt einfach dann nur naja seht her also wenn es krasse Neonazis gibt dann steckt dann immer der Verfassungsschutz dahinter so einfach ist es nicht es gibt auch internationale Dienste in der rechten Sphäre ähm aber eben dann auch die Mitläufer und dann die Rekrutierten und so weiter und so fort und es ist halt eben dann so wenn du halt in diese Terror-Schiene gerätst diese Extremisten-Schiene gerätst da geht es dann oftmals recht schnell ja dass du dann irgendwann einknickst und dich dann rekrutieren lässt für deinen Geheimdienst als Informant oder sowas ähm was hatten wir noch ähm was hatten wir noch genau Russland also russische Experten hier fürchten eine zehnfach schwerere Covid-Welle als die erste Alexander Lukaschew der das Marsinov-Institut für medizinische Parasitologie Tropen und Vektor übertragenen Krankheiten an der ersten Moskauer staatlichen medizinischen Universität leitet sagte gegenüber dem staatlichen Fernsehen äh die Situation in den Regionen ist sehr unterschiedlich ähm in einigen Regionen könnte die zweite Welle durchaus zehnmal so groß sein wie die erste also das ist hier die äh die große Befürchtung ähm dann gab es eine neue Studie der Universität Edinburgh ähm und da kam halt eben dann raus ähm dass halt das halt begrenzte Maßnahmen also wenn jetzt halt wenn es halt eben dann heißt äh so ein bisschen Lockdown oder halt hier hier wird was geschlossen da wird was geschlossen und so dass die halt diese diese leichteren Maßnahmen dass die halt wenig bringen wenn sich die Leute nicht richtig dran halten oder wenn die Leute gar nicht mehr richtig wissen was eigentlich gerade gilt sollte nicht überraschen erst dann wenn man einen krasseren Lockdown macht erst dann sinkt der R-Wert in der Pandemie also zum Beispiel äh Verbot öffentlicher Veranstaltungen senkt dann innerhalb von wenigen Wochen den R-Wert um 24% ähm Schulschließungen 15% ähm ähm die harte Sperrung im März einschließlich der Anordnung zu Hause zu bleiben reduziert den R-Wert um 75% ja wenn du jetzt allerdings nur so kleinere Maßnahmen machst und die Leute sich nicht richtig dran halten dann bringt dir halt äh das eine eine Maßnahme bringt dir 3% Reduktion vom R-Wert die nächste Maßnahme bringt dir auch nur so viel Reduzierung vom R-Wert und das ist halt nicht sonderlich viel ja und dann gibt es wieder die ganz schlau ganz großen Schlaumeier die dann halt irgendwie dann diese Studie halt eben von Edinburgh University oder diese Studie wieder manipulativ darstellen und sagen seht her es wurde jetzt bewiesen dass die Lockdowns nichts bringen äh 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 ganz im Gegenteil ganz im Gegenteil wir sehen jetzt auch dann in Japan wenn halt die Leute sich total dran halten an alles ähm diszipliniert die Masken tragen und so dann hast du halt wirklich dann auch wenig Infektionszahlen und wenig äh wenig Überlastung der Krankenhäuser und so weiter und so fort ähm dann gab es hier das CDC oder Leute vom CDC in Amerika die haben dann nochmal klargestellt ähm wie man das auflistet wer an Covid stirbt oder wegen Covid stirbt also es gibt da drei Stufen ja das heißt die erste Stufe ist halt noch ein bisschen gröber wo man sagt okay hier Covid ähm manchmal schreibt man nur Covid erstmal auf die Todes auf die als Todesursache auf die Sterbeurkunde und dann kommt so eine zweite Überprüfung und eine dritte Überprüfung und das ist relativ genau also besser geht's nicht egal in welchem Land egal bei welcher Pandemie ähm und man äh man hatte eben dann also CDC hat dann mal irgendwann gesagt vor einer Weile also quasi bei 6% der äh 6% der Covid-Todesfälle ähm da steht also nur bei 6% der Covid-Todesfälle steht halt nur Covid reingeschmiert ähm auf der Sterbeurkunde und dann kamen die Lügner ja dann kamen die Berufslügner und haben dann gesagt seht her das CDC hat bewiesen ähm nur 6% der Covid-Toten sind wirklich Covid-Tote alle anderen starben an was anderem nein ähm da wird dann im Laufe der Zeit aufgelistet okay der Patient wäre jetzt noch am Leben ähm wenn er sich nicht den Virus eingefangen hätte er bekam es mit der Lunge und dann das Herz und Dings und Bums und ähm und dann konnte er nicht mehr richtig atmen dann war er am Beatmungsgerät dann war er tot ähm also er hätte hätte es kein Covid gegeben wäre er noch am Leben und so zählen man so zählt man halt das ist halt so ähm und ich meine es ist auch ein bisschen bescheuert wenn Leute eben dann gemeint hatten ja Covid ist nur ein Hoax und es ist alles eine groß angelegte Verschwörung über zig Länder aber dann sagt das CDC dann plötzlich die Oberbehörde in Amerika sagt dann plötzlich oh nur 6% der Covid-Toten sind Covid-Tot ich meine es ergibt alles überhaupt null Sinn ähm was da rum erzählt wurde und ähm also hier zweite Beweislinie stammt aus National Vital Statistics System und so weiter und so weiter wenn wir fragen ob Covid jemanden getötet hat bedeutet das ist er früher gestorben als er ohne das Virus gestorben wäre selbst eine solche Person mit einer potenziell lebensverkürzenden Vorerkrankung wie Herzkrankheit oder Diabetes hätte vielleicht noch 5, 10 oder viele weitere Jahre gelebt wenn sie nicht mit Covid-19 infiziert worden wäre so ist das halt einfach und das kannst du nicht wegreden und ich bin nicht Teil der satanischen Bill Gates äh äh Verschwörung nur weil ich halt sage wie es ist und sogar Donald Trump hat das dann getweetet irgendwie ja nur 6% sein Covid-Tot und dann unglaublich unglaublich dann gab es eine neue Ioannidis-Studie das haben wir auch schon mal kurz angesprochen jetzt gibt es eine detaillierte Kritik an dieser neuen Ioannidis-Studie oder hat auch viele Kritiken überall also dieser Ioannidis war ja der große Star der Covid-Leugner-Szene hat ja von Anfang an halt schwache 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 Studien präsentiert und gemeint das ist alles harmlos ähm und jede Studie wurde halt total verrissen weltweit und jetzt gab es halt eben dann eine neue die wurde dann von der WHO in einem Bulletin erwähnt und dann und dann meinten so die Stusser oh das ist eine WHO-Studie nein ähm und dann hieß es die WHO würde jetzt sagen Covid sei so harmlos wie eine Grippe und so nein 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 also falsch 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 und wenn du unbedingt falschen Unfug glauben willst dann wird das weder dir weiterhelfen noch deinen Nachbarn deinen Angehörigen oder mir oder meinen Kindern niemandem es hilft uns nicht weiter und ähm also wir haben schon mehr paar Sachen gepostet halt zu Ioannidis und so und jetzt halt auch zu dieser neuen Studie ähm hier gab es dann auf der extrem linken Webseite Volksverpetzer äh gab es halt dann hier so eine so eine detailliertere Kritik also er übernimmt Zahlen aus anderen Studien falsch dann nimmt er immer bei den Schätzungen den untersten Grenzwert und oder ständig den unteren Grenzwert und ähm er nimmt ungeeignete Testreihen her die nicht repräsentativ sind für die Gesamtbevölkerung ähm und so weiter und so weiter so eine Berechnungen sind komisch ähm also ein Haufen Haufen Unfug und dann kommt er dann raus bei ich glaube 0,23% Tödlichkeit und so weiter und und dann kommen noch die ganz Verrückten und sagen ähm das sei ja dann weniger als die saisonale Grippe also gar es wirklich dann Idioten die gesagt haben die saisonale Grippe ist 1% Tödlichkeit und ähm und wenn jetzt halt eben dann Covid irgendwie nur 0,23 hat dann ist das dann ist ja die normale Grippe dann irgendwie 4 mal oder vielleicht sogar 5 mal gefährlicher ist die Grippe 5 mal gefährlicher als Covid ich meine sorry wie blöd muss das noch werden da draußen im Netz ja dass die Leute irgendwann sagen okay das bringt uns nichts dann hier Triage jetzt kam raus die Briten waren das haben wir sehr stark rationiert mit ihren Intensivbetten und auch in anderen Ländern wurden halt oftmals Leute ab 80 komplett aufgegeben teilweise Leute ab 70 bekamen dann weniger Behandlung weil man sagte die schaffen das eh nicht und wir haben die Kapazitäten nicht und es gab halt eben dann hier dieses Triage Tool also eine Ansammlung an Regeln in Britannien und immer mehr Leute erzählen davon aus halt den Medizinerkreisen und da hieß es halt eben dann ja vor allem wenn es halt mal richtig krass werden sollte dann ab so und so viele Jahren kriegt er halt eben dann keine richtige Behandlung mehr sondern du versuchst es halt mit den Jüngeren und das ist halt solche Sachen gibt es in jedem Land für halt Ernstfälle und das ist halt eben das große Problem wenn halt zu viele Leute gleichzeitig im Krankenhaus landen und dann und dann ja und dann musst du halt dann selektieren und das wird halt eben bisher vermieden durch die Lockdowns und die Maßnahmen die Regierungen machen sich damit halt unbeliebt die Leute sind unzufrieden und man wuschelt sich dann halt in jedem Land irgendwie durch es gibt keinen Sonderweg weder in Japan noch in Schweden genau und dann haben wir das mit diesen diese Immunität also man hat jetzt dann eben dann unterschiedlichste Studien gesehen also man testet halt Leute und schaut wie viele haben Antikörper gegen Covid und die und bei repräsentativeren Tests findet man halt raus dass halt sehr sehr wenige Leute Antikörper haben gegen Covid also entweder weil sie es nie hatten oder weil sie ein Virus nie hatten oder weil sie es halt hatten aber jetzt keine Antikörper mehr besitzen und dann ist die Frage ja ähm wie viele hatten es denn schon tatsächlich und ähm was bedeutet das nach nach ein paar Monaten oder einem Jahr wenn sie vielleicht dem Virus dann wieder ausgesetzt werden ist dann der Krankheitsverlauf deutlich milder oder halb so mild oder nur ein bisschen milder das ist halt alles ein Riesenproblem wenn man wenn man halt eben dann halt rum erzählt es gäbe eine einfache Lösung wir isolieren die älteren Leute und dann haben kriegen wir eine Herdenimmunität und fertig also neue Studie am Freitag im JAMA Network Open ähm hier über Wuhan also man hat dann eben dann zig Leute getestet in Wuhan und ähm wenige Prozent hatten halt dann die Antikörper vor allem die wichtigen Antikörper und dann gab es eine ähnliche Studie in Britannien das React 2 Project das fand nur 4,4% der Menschen in England haben Covid-19 Antikörper und ähm Wissenschaftler des Imperial College London die die Forschung leiteten gaben an dass sie vermuten dass der natürliche Schutz gegen Covid-19 zwischen 6 und 12 Monaten anhält sie glauben dass die meisten Menschen nach dieser Zeit für eine Reinfektion anfällig sind Antikörper sind nur eine von den Immunkomponenten aber naja es ist halt einfach nicht es ist nicht so toll wie man sich erhofft es ist aber auch nicht ganz so schlimm wie man es befürchtet hat also wenn man jetzt nach 3 Monaten seine Antikörper verliert und wäre dann komplett schutzlos wieder dann hätten wir ein Riesenproblem das heißt dann ähm dann würde das halt eben dann super 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 lange dauern bis ähm man Covid irgendwann mal wieder loswerden würde also nicht ganz so schlimm wie befürchtet aber auch nicht so gut wie erhofft ähm deswegen pushen halt auch die Chinesen so den Impfstoff und so und andere Länder pushen halt den Impfstoff weil es eben keinen leichteren Ausweg anscheinend anscheinend gibt wobei das Misstrauen gegen die Impfung ist halt auch sehr sehr hoch und das aus einem guten Grund ähm dann weiß man jetzt mehr über die verschiedenen Arten der Infektion also manche die kriegen eine hohe Virenlast ab und manche eine geringere und so weiter und so fort und dann verläuft die Krankheit in unterschiedlichen Stufen ab ähm also entweder wenn du eine hohe Virenlast in der Lunge hast das ist natürlich dann sehr gefährlich ab 60 Jahren ähm aber auch eine Überreaktion des Immunsystems ist halt eben dann gefährlich deswegen gab man ja auch Donald Trump verschiedene Medikamente also einmal gab man ihm das eine Medikament um die Virenlast zu senken und dann später gab man ihm ein anderes Medikament um halt eine Überreaktion des Immunsystems zu vermeiden ähm dann habe ich hier nochmal was rausgekramt ehemaliger britischer Geheimdienstchef MI6 Richard Dirloff China hat das Virus gebaut und versehentlich freigelassen also er sagte das war halt eine gängige Gain-of-Function-Forschung die da gemacht haben in Wuhan und dann ist es halt eben dann entkommen ähm das sagte er im Telegraph sagte er im Telegraph eine der wenigen Figuren weltweit überhaupt die halt mal drüber reden ähm dann hier noch aus aus in Russland in Moskau stecken Kinder Familienangehörige anderthalbmal häufiger an es gab schon 40.000 Strafen wegen fehlenden Masken also das heißt ähm ähm hier in einem Zeitraum in einem bestimmten Zeitraum äh in einem bestimmten Zeitraum infizierten 17% der mit dem Coronavirus infizierten Kinder unabhängig von der Schwere des Krankheitsverlaufs anschließend die Familienmitglieder im gleichen Haushalt ähm und so weiter und dann infizieren halt die Kinder ihre Eltern und die infizieren dann die Großeltern oder die Kinder infizieren die Großeltern und dann hast du halt das Problem es gibt halt in Moskau Kontrollen in den großen Einkaufszentren Büros Kinos Theatern Sport Konzertanlagen ist genau wie in anderen Ländern auch ähm genau wie in anderen Ländern auch äh dann haben wir noch dieses dieses ewige Theater mit Hunter Biden und Joe Biden also jetzt ist ein angebliches Sextape von Hunter Biden im Internet gelandet ähm aber es ist jetzt noch anscheinend nicht nicht klar wie echt das jetzt ist oder ob die Damen da wirklich minderjährig waren wie da gemunkelt wurde und so also bisher noch keine riesige Bombshell seit ich ich hoffe auch auf interessante Ermittlungen aber ich mach mir da jetzt keine allzu großen Hoffnungen und dann gab es noch das hier National File hat angeblich durch einen Whistleblower eine Kopie des vollständigen Tagebuchs von Ashley Blazer Biden der 39 jährigen Tochter von Präsidentschaftskandidat Joe Biden erhalten National File kennt ihr den Ort wo das Original Tagebuch sich befindet in einem Tagebuch schreibt die Autorin über ihren Kampf mit dem Drogenmissbrauch Ashley Bidens Kampf mit Drogen wurde 2009 weit in Publik gemacht der Quelle zufolge enthält das Tagebuch auch Einzelheiten zu Ashley Bidens ungesunder Beziehung zu Sex und zu den wahrscheinlich nicht angemessenen Duschen die sie als junges Mädchen mit ihrem Vater Joe Biden hatte also das ist auch schwer zu bewerten im jetzigen Zeitpunkt also es gab irgendeinen Missbrauchsfall anscheinend in der Familie oder in ihrem Umfeld aber zu ihrem Vater Joe da heißt es dann wirklich nur schwammig ja sie meint dass vielleicht diese gemeinsamen Duschen vor zig Jahren unangemessen waren und so also Joe Biden hat ja auch so ein Fable für junge Damen aber das hat ja Donald Trump auch oder das haben ja dann die Republicans alle auch das heißt wir das heißt wir ich bin genauso erfreut über Ermittlungen gegen die Bidens wie über Ermittlungen gegen Donald Trump aber wie gesagt bisher blieb jetzt die ganz große Bombschell aus und man muss halt vorsichtig sein wenn halt eben dann so Leute posten es sei jetzt erwiesen dass halt irgendwie dann Pädoverbrechen auf den Videos zu sehen sein und so weiter und so fort also da handelt man sich mal schnell eine Klage ein insbesondere wenn Donald Trump die Wahl verliert und Joe Biden dann Präsident ist ich meine stell dir mal vor Joe Biden hätte dann Joe Biden hätte dann halt die Immunität des Amtes und den Schutz des Amtes während halt dann Alex Jones und die ganzen anderen neureichen Influencer während die dann freiwillig sind also das kann sich noch ganz ganz böse rächen das kann sich ganz ganz böse rächen und Trump hat ja schon angedeutet er könnte das Land verlassen weil er ja nach seiner Abwahl theoretisch dann nicht mehr geschützt sei durch das Amt sondern verklagen ihn tausend Millionen Leute und seine Steuern und so weiter und so fort ähm eventuell äh verlässt auch Alex Jones dann das Land und ähm flüchtet halt vor irgendwelchen Ermittlungen und lässt sich dann in Russland nieder wo es warm ist äh das kann ich mir auch ganz gut vorstellen irgendwie seine Ex-Frau hat ja schon irgendwie so mal ein Foto gepostet glaube ich auf Social Media dass äh Alex irgendwie einen russischen Pass hätte oder ein russisches Einreisevisum hätte oder sowas ähm also das bleibt natürlich dann bleibt natürlich dann spannend also schauen wir nochmal kurz auf die auf das Feedback was die Leute uns sagen was die Leute uns schreiben wir sind ähm wir sind am erfreutesten sind immer über Bücher-Tipps also wenn Leute sagen hey ich hab was Interessantes gelesen und so weiter und schau dir das nochmal an ähm bla 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 ähm also hier schreibt jemand ähm ähm also hier ein bisschen Covid-Gemecker das Übliche ähm ähm dann hier schreibt ASDF hast du schon den neuen Borat-Film gesehen er hat deine deine Drei-Staaten-Theorie geklaut ist mir jetzt nicht aufgefallen aber ich war jetzt auch nicht die ganze Zeit so aufmerksam bei dem Film dann ähm ähm also dann schreibt hier jemand ähm ähm hier schreibt Daniele ich habe was vom Leben gelernt traue keinem so einfach ist das das ist mal ein guter Ratschlag und das ist auch so wie jeder Nachrichtendienstler denken würde also jeder Profi würde so denken ähm also jetzt nicht einfach allen Menschen misstrauen und paranoid sein aber nie einfach so blend trauen please ähm hier Underdog jammert wenn einer diese NWO Masken Kinderquälerei Maßnahmen gut heißt ist Schluss mit lustig ähm mit Argumenten kommt man bei Benesch eh nicht mehr weiter seine gottgleiche Eminenz hat es nicht nötig konträre Meinungen zu prüfen und so weiter und so fort naja wie gesagt es ist ein kleiner Prozentsatz die wirklich nur auf diesem extremen Covid-Leugner-Trip sind alle anderen auf der Welt nehmen den Virus ernst sie hassen die Pandemie auch haben keinen Bock mehr mögen auch keine Masken aber ähm äh man sieht halt eben auch diesen Fanatismus also Masken Kinderquälerei ich meine sorry ähm jemand aus dem Bekanntenkreis hat mir mal erzählt hat mir letztens mal erwähnt Moment mal unsere Eltern und Großeltern die mussten teilweise irgendwie den Krieg überleben und irgendwie dann im Nachkriegszeit irgendwie überleben und haben alle möglichen wilden Sachen erlebt und wir heulen jetzt rum wegen Masken ich meine das ist auch ein valides Argument ähm lassen wir mal den ähm bleiben wir mal auf dem Teppich die Japaner haben ja jetzt anscheinend wenig Fälle und wenig Probleme weil die ja schon vor Covid überall Masken getragen haben und das eben dann gewohnt waren ähm also jetzt bin ich schon irgendwie ein Gutheißer von Kinderquälerei und jada 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 so plustern sich die Leute dann auf und nützen tut es uns nix dann ähm hier Freemind schreibt bitte einen Artikel zu Drostens Fake-Doktorarbeit jetzt wo nachgereicht worden die ist aber 17 Jahre lang die aber 17 Jahre lang nicht da war ja es ist kompliziert also ähm das ist eine ganz komplizierte Angelegenheit und es wird halt schwer fallen ihm da irgendwas nachzuweisen ähm wer es versuchen möchte bitte gerne nur zu aber dann halt bitte richtig und nicht einfach nur sowas im Netz kopieren und sagen ähm ja wir haben jetzt Gewissheit und so das nützt uns nix tja ähm hier GodoverMoney schreibt ähm das einzige was Trump bisher verbessert hat ist dass keine Angriffskriege geführt werden in dem Ausmaß älterer Regierungen und dennoch gibt es so viele Menschen die in ihm noch immer den Revoluzzer sehen äh Menschen sind wie du sagst immer in eine Richtung manipuliert und glauben einfach alles was die Theorie bestätigt zwei Prozent selbstdenkende Menschen könnte es noch geben also äh klar die Kriege gegen Afghanistan und Irak waren furchtbar und äh recht umfangreich und so weiter und so fort aber ähm es waren Kriege gegen zwei ohnehin schon ausgebombte schwache Nationen ähm unter Donald Trump hingegen unter Donald Trump hingegen wurde ja dann der Konflikt mit China immer höher gekocht auch der Konflikt mit Russland also immer mehr Sanktionen und so weiter und so fort und halt eben diese Stellvertreter-Scharmützel also in der Trump-Zeit hatte man halt eben dann krassere Entwicklungen eigentlich weil halt eben militärische Konfrontationen zwischen den Supermächten halt eben dann wesentlich gefährlicher sind als jetzt ähm eben einen Krieg gegen USA gegen den Irak wo jeder weiß wer den gewinnt nach ein paar Wochen oder zumindestens halt eben ähm grob gewinnt ähm tja bekamen wir hier auch ein paar Fragen rein was sagst du zu der Löschung des YouTube-Kanals äh von äh Verschwörungs-Influencer so und so ähm was sagst du zu der Löschung von diesem diesem YouTuber also ich meine lange Zeit ich meine lange Zeit haben sich ja Leute Fake-YouTube Fake-YouTube-Subscriber gekauft und dann getönt oh sie haben ja mehr YouTube-Subscriber ich meine jetzt hab ich mehr YouTube-Subscriber jetzt haben die anderen Leute da äh in aller Regel äh null YouTube-Abonnenten ähm und ähm wir brauchen uns wie gesagt wir brauchen uns nicht anbiedern beim Sozialismus oder irgendwas wir brauchen ähm uns wir brauchen keine Trendwelle um halt ähm ähm um halt einfach schwieriger schwierig löschbar zu sein ja ich brauche keine Maskenleugnung keine Covid-Leugnung ähm und so weiter und so fort deswegen sind wir halt sehr schwer löschbar wir sind jetzt auch nicht unbedingt ähm jetzt wahrscheinlich die Priorität für für YouTube weil halt meistens richtet sich halt alles nach der Quantität also wie viele Leute erreicht jemand ähm es geht dann meistens nicht um die Qualität der Informationen und ähm ja und wie gesagt jetzt sind halt fliegen halt manche dann von manche dann von YouTube runter und so äh die dann immer meinen sie seien so intelligent und intelligent und alle Zweifler seien ja so blöd aber ich meine ähm da gab es dann wirklich dann Leute die die migrierten wegen der Besorgnis um Wirtschaft und Besorgnis wegen Mangel der Freiheit zogen sie dann in eine Volldiktatur mit schwacher Wirtschaft ähm und schlechtem Internet und meinen dann auch noch das sei besonders schlau ähm und ähm manchmal erinnert mich das so ein bisschen an an Fize Königreich Deutschland und diese ganze ähm und dieses ganze dieses ganze Theater ähm wie gesagt die meisten Influencer da draußen die haben noch nie irgendwas eigenes gemacht die haben noch nie irgendwas ähm wirklich besonderes gemacht die haben immer nur alles so abgeschrieben und halt irgendwie die eine Trendwelle mitgemacht dann die nächste Trendwelle mitgemacht dann die nächste Trendwelle mitgemacht und so weiter und so fort und bedienen halt ihr Publikum und ähm ob jetzt dann der Truth oder so und so oder der Truth oder so und so ob die jetzt weiterhin auf YouTube sind oder nicht das hat im Endeffekt auf die Welt absolut null Einfluss das hat ähm wirklich keinerlei keinerlei Einfluss weil all diese übernommenen Meinungen alle diese diese Standard diese ganze Standardaktivismus das ist alles so gesteuert ohne dass sie das wirklich kapieren dass da eh nichts bei rauskommt ähm dass da sowieso nichts bei rauskommt und ähm ich weiß noch die Zeit da gab es kein oder da war YouTube von YouTube nicht von Bedeutung oder Facebook gab es da noch gar nicht oder war nicht von Bedeutung sondern die Leute haben File-Sharing gemacht die haben sich alles die haben sich alles geholt die ganze Musik ähm alle Filme und Serien einfach geklaut hier wieder File-Sharing und dann waren eben auch dann halt eben ähm Verschwörungsmedien da mit dabei und Leute haben sich einfach dann runtergeladen oder es gab Download-Server Leute haben sich die Verschwörungsvideos einfach nur runtergeladen also es wird immer eine Verschwörungsmedien-Szene geben weil das Establishment das eben so will äh das ist ein Sammelbecken seit äh hunderten von Jahren das verwaltet wird im Groben und Ganzen und deswegen wird es das auch weiter geben jetzt nicht unbedingt auf YouTube ähm aber halt eben dann auf anderen Plattformen ja und ähm es gibt halt eben dann bestimmte Linien die halt dann noch weiter zurückgedrängt werden also wenn es halt so dieses QAnon-Zeug oder manche manche Sachen die ähm 8chan und so die können ja nicht mal mehr richtig hosten irgendwo oder brauchen dann irgendwie so russisches Hosting und dann ähm russischen Schutzschirm und so und das kann für eine Weile gut gehen bis halt dann irgendwann der Ost-West-Konflikt hochkocht Cyberattacke kommen die nächste neue Krise und dann wird das getrennt das Internet hier von den Russen und dann gibt es eben kein Russen-Hosting mehr für irgendwelche Influencer hier ähm ja und wie gesagt manche manche sind wirklich also manche Leute sind wirklich unglaublich penetrant das heißt die wollen jeden debattieren und immer egal was sie für einen Bock wieder geschossen haben äh dann wollen sie noch mehr Aufmerksamkeit und dann äh ja äh eine Live-Debatte und noch eine Live-Debatte noch eine Live-Debatte und noch eine Live-Debatte einfach für mehr Aufmerksamkeit und nichts von dem Geschwalle hat irgendwas Neues hervorgebracht nichts von dem Geschwalle hat irgendeine neue Idee hervorgebracht irgendeine neue Strategie irgendeine neue Taktik und ähm manche driften halt jetzt dann eben dann ins Esoterische ab oder ins Religiöse ab und äh versuchen halt sich dann so eine Art Internetsekte aufzubauen weil sie halt meinen ja das ist irgendwie einträglich und so und dann kriegst du die Leute dazu dass sie halt eben dann noch weniger kritisch denken das bringt uns nicht weiter ja dass das bringt uns nicht weiter ähm ähnlich wie die Standardideologien ähm interessante Sachen drin aber es reicht halt nicht und ähm und deswegen muss man sich darüber hinwegbewegen dann ähm also dann was haben wir hier noch äh was haben wir hier noch irgendwas zu Biden ähm hier schreibt jemand was in den USA gerade alles bezüglich Hunter und Joe Biden herauskommt hast du das überhaupt mitbekommen aber dann hier davon reden dass die konservativen Republicans wegen Korruptionsskandalen quasi unwählbar wären Punkt Kopfschüttel Punkt und irgendjemand kommentiert dazu Benischs Narrativ scheint mittlerweile sehr CNN-lastig zu sein also immer wie gesagt diese verstrahlten diese verstrahlten Deppen ähm können nicht raus aus diesem starren Denkmuster entweder bist du auf ihrer Pro-Trump äh Bullshit-Seite oder ähm du bist halt auf dieser Feind-CNN linke Joe Biden-Seite ja und äh Simples Schwarz-Weiß Simples Gut Böse wir machen wir haben ständig Sachen gemacht über Joe Biden und Hunter Biden und diese ganze Ukraine eine Sache ähm tja ja tja ja ähm ähm hier schreibt Daniel was auch mal interessieren würde und für deine Arbeit auch wichtig sein könnte ist ähm den ganzen Kritikern und Hatern auch deinen Unterstützern und Kunden mal zu erklären was deine Arbeit eigentlich bedeutet was du hier machst und auch in den letzten Jahren täglich gemacht hast eine komplette Lebensaufgabe inwieweit sollten deine Aufdeckungen und Forschungen wie du sie häufig nennst den Leuten helfen die Herrschaft über ihr Leben zurückzugeben naja dazu müssen die Leute die Bücher lesen äh auch wirklich mal hier das ganze Bücher lesen von mir ähm um das dann auch wirklich nachzuvollziehen ähm warum das halt eben dann ein Game Changer ist warum das alles mögliche verändert ähm siehe auch das neue Buch die Tiefste Geheimnisse der Supermächte äh Band 4 Herrschafts und Widerstandsinnig das war's das war's für heute das war's für heute in der Sendung ähm wir versuchen auch immer wieder die Fühler auszustrecken nach allen möglichen anderen Themen also dieses Covid-Ding ähm hängt mir natürlich dann auch zum Hals raus aber es ist halt eben das wird noch ein Jahr lang so anhalten äh äh das ist von hoher Bedeutung und wie gesagt es kann jederzeit ein zweiter Virus dazukommen ein Computer-Virus und dann haben wir eine ganz andere Situation auf in die ich auch schon eingearbeitet bin und ähm und natürlich Leute sind darauf vorbereitet wenn sie halt Stromgeneratoren haben und Wasserfilter und äh Langzeitlebensmittel und so weiter also schauen Sie rein unter shop.recenter.com Sie kriegen ähm ein Buch von mir auch das auch die allerneuesten ein Buch von mir kostenlos ähm wenn Sie eine ganze Kiste kaufen B-P-E-R äh äh B-P-E-R Kompaktweizenriegel shop.recenter.com ich danke für den Support für die Aufmerksamkeit bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich